Hallöchen, wir zocken heute wieder an, Scharte... ...und ja. So sieht's aus. Äh... So, was sollen wir machen? Ach, ne, ne, was... Hat... Ich glaub, es hat wieder Probleme. Ja. Okay, so. Kann ich hier runter? Scheiße! Scheiße! Alter! So, was ist hier? Unten ist ein Seil? Aha. Das ist schön. Wooh. Wooh, wooh, wooh. So. Schwuppdiwupp. Sehr schön. Okay. So. Ah, okay. Komm, hier rüber. Okay. Los, hilf mir. Wir drücken mal. Genau. Hey, wir können da raufklettern. Hey. Komm schon. Okay. Okay, okay. Dann können wir auch mal da hoch. Das war jetzt nicht schlau. Das war gar nicht schlau. Wieso würde ich den ganzen Mist hier normal machen? Ich glaube, ich musste da hochklettern, nicht da runterspringen. So, wo ist sie denn lang? Ah, vielleicht einfach auch mal da. Boah, ich dachte schon, er glitscht jetzt hier wieder runter. Hey, ich hab ein Sein. Hey, das ist super. Äh, so. Da hinten ist ein Schatz. Den holen wir uns noch. So viel Zeit muss sein. So, komm. Ich dachte, wir wären befreundet, Mann. Ey, wollt ihr mich hier gerade runterschupfen, ey? Was für ein Arschgesicht. Ich glaub's ja wohl nicht. Verschlossen. Unmöglich, hier durchzukommen. Okay. Ich suche einen anderen Weg. Von der anderen Seite. Du wartest. Sei aber bitte leise. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit erregen. Leise? Okay. Geht klar. So, leise und keine Aufmerksamkeit. Schwierig. Mensch. Wie soll man es eigentlich für den hier noch machen? So. Ey. Was? Was ist der Fisch? Ist doch immer wieder schön, diesen jungen Mann hier so aktiv klettern zu sehen. So eine Pfeife. So, komm jetzt. Oh Mann, ey. Ich glaub, ich krieg hier gleich einen leichten Herzinfarkt, wenn ich hier diesen total inkompetenten Kletterer hier sehe. Ey, alter Verwalter. Ey. Der ist komplett hängen geblieben, der Junge. Klettern war nicht seine Stärke. Ah, sehr schön. So, hast du ganz toll gemacht. Alter. Okay. Oh, Mist. Leise. Ey. 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 Ich glaub's echt nicht, wie sehr der Typ hier... Nathan, ey. Ich muss nochmal ein ärztes Wort mit deinen Eltern reden, ey. Ich glaub's nicht, wie sehr der Typ ist, wie sehr der Typ ist, wie sehr der Typ ist, wie sehr der Typ ist. Ist das clever, das jetzt zu machen? Na, ich weiß ja nicht. Ich schalte ihn lieber so aus. Ach, bis dann. Okay, MP... Na. Ne, M4 ist es. Entschuldigung. Ich bleib bei der. Ne, komm, ich bleib nicht bei der. Ähm. So. Einmal... Ah, Mr. Okay. Du bist tot. Wie... Wie haben die mich denn jetzt bitte gesehen? Ach, er wahrscheinlich. Ja, tut mir leid. Leise ist nicht meine Schwerke. Ach, er... Ach, du! Alter. Oh, ach so. Oh, okay, es war richtig. Ach so, ich dachte schon. Nicht gerade leise. Seitdem du den Kerl hinter Panzer fasst. Und hasta la vista. Ach, ich habe natürlich wieder erst im letzten Moment alles gesehen. Knife. Hm. Ach. 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 Oh, äh... So, komm her. Schütternkauf, perfekt. Direkt wieder ein Erfolg. So, komm, 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 komm. Ja, komm. Haben wir irgendwo noch was für eine Pistole? So, verrücken. Boa, äh, äh. So, Schrotflinte. Okay, hier nicht, hier nicht. Wo ist er? Hier nicht. Wo seid ihr? Hier oben. Sieht so aus. Er sieht nicht aus. Okay. Dann kommen wir her. Wir wollen hoffen, dass oben ein Sniper ist. Vorsichtig da oben. Oder eine Dragon. Okay, hier. Komm schon. So, wie sieht er aus? Äh. Ich glaube, es hackt. So, noch eins hoch. Sniper-Killer-One-Action. Äh. Wie wär's denn mal hiermit? Wir können jetzt nicht raus. Die Schütze erwischen uns sofort. Hey. Ich glaube, da oben ist ein Schütze. Ich glaube, da oben ist sie. Wie komme ich da hoch? Kann ich außen lang? Ja, kann ich. Ich glaube, da oben ist ein Schütze. Perfekt. Yeah. Sniper-Killer-One. Oh. Äh. Was macht er da? Was macht er da? Was macht er da? Alter. Er ist komplett hängen geblieben, der Junge. Alter, in Deckung. Jetzt geht's los. Wo ist diese... Okay. Tja, du bist halt ein richtiger Bärderass, mein Freund. Okay. Woopie ist das! Glücklich! Jetzt bin ich. Dank sie. Na komm, ich lasse es mit der Sniper. Okay. Okay, let's go. Ach geil, ey. Oh, dieser Drecksack. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen uns... Komm schon! Und weg ist sie. Tja. Genau hinter dir. So, Sniper. Äh, nix hier, Sniper. Ich meine, natürlich Schrotflinte. Äh, Alter. Ja, ja, ja. Alter. Ach du meine Bitte. Los, los, los. Alter. Hallo? Äh, ist so. Los, komm schon. Alter, was machst du denn? Los. Los, komm, in meine Hand. Okay. Zieh mich hoch. Zieh mich hoch, zieh mich hoch. Puh. Hier überquere ich keine Brücke mehr. Okay. Okay, gut, Leute. Ich würde sagen, das reicht dann erstmal für diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns ansonsten beim nächsten Mal und bis dahin, haut rein. Tschüss.